Ein Frosch hat im Garten des Altersheims eine Viagra-Tablette gefunden und gefressen. Eine Stunde später hüpft er vergnügt durchs hohe Gras und ruft immer wieder, Ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan. Da trifft er einen Storch. Hey, was ist los mit dir? Du bist ein Frosch und kein Schwan. Der Frosch zieht wortlos seine Hose runter. Meint der Storch, mein lieber Schwan. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und bitte diesen YouTube-Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.